hallo ihr lieben der ups man hat gerade geklingelt ich werde fast noch die treppe runtergefallen ich habe es aber überlebt und zwar ist das ein paket von l'oreal und ich habe die ganze zeit überlegt was da drin ist aber ich habe sie unten gelesen denn ich hatte eine mail dass ich beim produkt ist dabei bin für ein trocken shampoo und jetzt bin ich ein bisschen irritiert dass das so kleines anschauen einfach mal rein ok ist wirklich klein ist ganz warm das stand bestimmt in der sonne genau hier steht das ganze nochmal das sind die für sorten die es gibt oder geben wird und ich weiß gar nicht mehr was ich mir rausgesucht habe okay ich hatte nämlich verlegt habe ich minze oder zitrone genommen aber ich habe zitrone genommen und ich bin grad ein bisschen irritiert weil das flüssig ist bis zu 25 anwendungen ich werde es jetzt mal nicht ausprobieren also jetzt direkt weil ich als frisch gewaschen haare habe aber ich werde auf instagram dazu natürlich etwas posten niedlich auch schöne farbe gefällt mir gut werde ich ausprobieren bin ich gespannt ok ja das war es schon das war ein kleines paket ich habe zu ganz damit gerechnet aber das ist cool ok hier ist das so eine neuere verpackung dass da jetzt 150 milliliter in 100 milliliter sind und dadurch die verpackung kleiner ist ok werde ich probieren dann wünsche ich euch einen schönen tag heute ist wieder mal mega warm vergesst nicht genug zu trinken und bleibt schön gesund und dann sehen wir uns im nächsten video wieder bis dahin